Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Apfelschmandkuchen. Der Apfelschmandkuchen ist ein leichter, herbstlicher Kuchen für den geschmackvollen Sonntagnachmittag. Für 1 Kuchen werden folgende Zutaten benötigt. Für den Mürbeteig 175 Gramm Butter 175 Gramm Zucker 250 Gramm Weizenmehl Type 405 1 Teelöffel Backpulver 1 Ei Für die Füllung 4 bis 5 Äpfel 0,5 Liter Apfelsaft Zitronensaft 200 Gramm Zucker 2 Packung Puddingpulver Vanillegeschmack Garnitur 1 halber Liter Schlagsahne 250 Gramm Schmand 2 Teelöffel Zucker Zucker und Zimt Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Pfanne Küchenmaschine mit Rührbesen oder Handrührer mit Rührbesen mit einer Schüssel 2 Kochlöffel Springform O 26 cm Zubereitung Aus den Zutaten Aus den Zutaten einen Mürbeteig kneten, ausrollen, auf den Boden einer mit Backpapier ausgelegten Springform geben und Teigrand hochziehen. Für die Füllung geschälte Äpfel in Spalten schneiden, Kernhaus entfernen. Äpfel mit Zitronensaft beträufeln. Aus Apfelsaft, Zitronensaft, Zucker und Puddingpulver nach Gebrauchsanweisung einen Pudding kochen. Die Apfelspalten unter den heißen Pudding ziehen. Apfelpuddingmasse erkalten lassen, dann auf den rohen Mürbeteig füllen, bei 180 bis 200 Grad Celsius im vorgeheizten Backofen ca. 45 Minuten backen und auskühlen lassen. Für die Dekoration die Sahne mit dem Zucker steif schlagen, den Schmand vorsichtig unterziehen, die Schmandzahne auf der erkalteten Torte verstreichen und die Zimtzuckermischung darüber streuen. Als Beilagen eignen sich Kaffee, Tee, Vollmilch oder Kakao. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!